Jojo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, heute mal unterwegs in Hamburg, habe ich mir mal gedacht, ja, haben wir lange nicht mehr gemacht, bis hier so im Winter fahren wir Hamburg Innovationslinie, wir fahren 109 von Walsterdorf nach Hauptbahnhof Zapp mit dem Mercedes Citaro Felsdorf von Beuer 2008, genau. Nur eins kurz, jetzt haben wir hier noch 9, 9, das müsste es sein eigentlich, äh genau, abfahrt ist um 10.30 Uhr, haben wir ein bisschen die Zeit vor, würde ich sagen, haben wir auf 28, dann passt das denke ich, so. Naja, es ist auch eine schöne Gleise, keine, keiner einsteigt, steht überhaupt dran hier vorne zum Hauptbahnhof, das passt doch auch eigentlich, na klar. Ja, dann sind die halt auf den nächsten Wochen, das macht doch wirklich boogie. Ja, sonst, das gibt zu erzählen, eigentlich wie immer noch nicht viel, ähm, ich denke mal, das wird jetzt das letzte Let's Play für dieses Jahr sein, vielleicht kommt nochmal ein Video, ich weiß auch noch nicht, ob ich ein Jahr aus Rückblick mache, dieses Jahr noch schauen, äh, ja, wenn, wenn jetzt noch was kommt, dann ist halt, wie gesagt, spontan, wie gesagt, dann ist für dieses Jahr nichts mehr geplant eigentlich, ja, Weihnachten steht ja vor der Tür, es war am Wochenende. Oh, wo ist denn das so? Oh, wo fährt der auch mal hier? Ich verstehe, ich verstehe nicht, wieso hier keiner einsteigt, das ist doch schon komisch. Mal kurz mal was gucken. Kein sein, dass ich daran licht, ich weiß jetzt nicht. mal kurz schauen gar nichts, schon mal nicht na, hopp, jetzt hopp jetzt so, guten Tag Türflügelsperrer so, guten Tag so, guten Tag ja, ich sag mal so, wir blicken mal zurück auf dieses Jahr wir haben auf jeden Fall die über 400 Abonnenten geschafft das finde ich sehr, sehr gut natürlich auch, dass wir auf nächstes Jahr boah, was cool wäre 700 Abonnenten, das wäre echt geil sag ich mal genau guten Tag guten Tag なる Tag heißt ... ... ... ... Kräin Ich wollte ja auch 10-jähriges Omensiswäsche machen, aber... Ja, gut, das ist jetzt dann auch wieder erledigt, sage ich mal. Ja. Egal. So. Afford. Und da. Da. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020